Kuki geht straight auf, scheiß nix Ja, sieh an den Lederrüstung Sieh an den Lederrüstung Sieh an den Lederrüstung Ey, die waren cool Da können wir gleich einschaffen Nice Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Minecraft Projekt Bukna Hallo! Und heute spielen Kuki Heute ist der originale Kuki hier Ja, natürlich Und Wir werden heute Dias fahren, ja Und vielleicht sind wir auf dem Weg noch Wasser Dann starten wir gleich los Drei Zwei Eins Ja, sonst wird zwei Leute auf dem Server Ja, das stellt uns nicht Aber wer, wer denn? Der Mindstorm Was hat dich am heute angefangen? Ich glaube, wir sind gerade in der zweiten Folge Ja Ich habe wirklich kapiert Drei Strikes für Lippi, gratuliere euch Ja, vorne ist drauf Ja Ja Ah, das ist eher Essen In den letzten Sekunden Die Frau, bist du nur da weit aufgegangen Ähm Wie sagen Und unten ist Lava Ja Und Wasser, Alex Da ist das erste Wasser Okay, ja passt Ja, da wurde jetzt noch etwas Hast du Fakling Kuki? Kuki hat Fakling Ja Nein, ich habe immer mal Kohle Mit Kohle vergebest du Ja, warte, ich gebe dir mal die Hälfte von meiner Kohle Ja, Alex Auch für dir Ja, ich mache das Warte mal Warte mal, ich mache Ups Ich mache schweb, ist ja verschwunden Wieso baust du mir zwei Ich mache mal zwei Kübel, gell? Ja Ist ja vier zuhause zu erlauben Ja Ja, ich sehe noch was auch nicht Ja, was ist jetzt gekriegt Ja, was ist jetzt gekriegt? Also Warte Hey Kuki Bei dir meinten Dann haben wir noch keine drei angefunden, gell? Ich habe noch gar keine Kübel Kuki, willst du auch einen Lava-Kübel? Ja, ich mache sie Warte, ich gebe dir auch einfach zwei Kübel, weil dann Ein, ich glaube mit einem Was? Ein, ein Einmal halt Da Was Larp ist Ah, ein Dias Vielleicht, wenn es gar nicht schießt, dann mit Lava Oh Ja, Lava braucht man nicht ganz immer Warte, ich mache den mal weg So, ich nehme den Basten Ich hoffe, wir finden gleich mal drei Dias Weil dann können wir schon Dias und Sauber Jetzt haben wir schon einen dritten Emerald Was bringt uns denn eigentlich? Keine 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 Ich bin Keine 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 Oh man Hey Lor, da steht einer, guck ich da links ist einer mit deiner Rüstung. Ja, pass auf ihn. Guck ich geh straight auf ihn, scheiß nix. Ja, der Rüstung. Sie haben den Lederarm. Hey, die waren cool, du können wir gleich. Nice. Zweite Folge Dias. Wir haben noch nie so früh... Ja, lass da bitte Wasser, lass. Wasser da bitte. Wir haben noch nie so früh Dias gehabt. Okay, da ist er. Das heißt, Dias ist safe. Nimm das Wasser weg. Ja, bauen wir mal auf. Ja, ich brauche mal direkt ein Diamantenschwert und... Entschau. Ah, nein doch nicht. Nein, nein, Eisenspielsacki und Dias. Verzauungstisch und Verzauungstisch und Verzauung. Ja genau, den brauchen wir nicht. Ja, Adio spielt Sacki-Baron sowieso. Ja, nein. Wenig ab 7. Machen wir mal mehr Rüstungs. Nein, nein. Das warst du tausendmal immer vom meisten. Guck, also du... Mai ist schön, ne? Das Wasser eingestrahlt. Ja, das ist ein Scheiß. Schon wieder Emmeralds, Alter. Seit wann, bis man sofort Emmeralds hat. Ersten Opsidien. Eins. Guck, ich baue gut Opsidien ab. Ah, warte, dann stellt ein paar Öfen auf und so Eisenschmolz. Und ich glaube, wir haben schon weit mehr als genug Öl, aber wir können dann Eisenrüstung fertig machen. Okay, ja warte, ich stell mir meine 3 auf. Ja, stell mir doch her auf, auf, auf. Eisen hab ich ja auch Eisen. Zwei haben wir ja nicht. 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 Ja, okay. Guck, hast du schon Kohle eingekauft? Ja, zwei... Nein, kannst du voll sichern. Oh, da warst du so Preisen, ja? Mhm. Du wolltest aufbauen. Wow, ich schaue auch jetzt auf. Ich höre, ich dürfte ziemlich kurz sein, aber das ist ziemlich Diamantenlevel, gell? Gold. Mhm. Jetzt hab ich mir auch gedacht, bei Veit auch bei einer Minenschacht auf FW Earth. Gar nix war. Einen arzigen Diamanten angefunden in einer Lore. Ja. Es war echt offen. So, da da. So, jetzt geht's zum letzten. Sie haben wir ja. Ja. Ich baue den. Pass auf, unter dem ist laut. Und erst mal. Beamer. Die war jetzt direkt. Chack. Unseren Table natürlich. Geht sich nämlich genau aus. Muss man zugeben. Ich bin mal 1.8. Jetzt wird es aus Versehen wie verzaubern. Wunderschön. Ich schaue mal, ob man Fire Aspect aufkriegt. Achso, ich hab noch keine. Kannst du mir ein Lern-Keyboard bitte geben? Du hast dann noch so viel. Ja. Ähm. Verzauern du mir noch nix, oder? Ich brauche ein Slapis. Ich hab da 15 Lappis. Achso, okay. Gefährung. Cool. Wir schauen, ob es auf der Spitzhacke Glück hat. Ja. Irgendwie leider kriege ich grad keinen Fire Aspect. Gefährung. Efficiency. Soll ich? Ja. Soll ich? Ja. So, von mir aus. Nein, nein, du nicht. Ich hab da Filver gesagt. Nein, ich brauche nur Glück auf der Spitzhacke. Achso, Glück. Ja, für dir fangen. Ja, stimmt. Efficiency, efficiency, efficiency. Genau, ein bisschen das Ding. Ja, gib die, die Hälfte. What? Ah. Ich glaube, das ist irgendwie wunds. Ja, wenn du, das kannst du Brot aufgehauen. Aufbrüste. Ah, Äpfel brauchen wir noch, oder? Ja, ich krieg gar kein Glück. Schau du noch mal. Ich weiß, ich schau. Schau einfach noch. Ich kann es eigentlich auf jede Art von Spitzhacke aufgefüllen. Ja, aber es bringt dir nur ein, was mit einem Element der Stil passt. Ja, alles um 3. Ich krieg nur Efficiency. Ja, von Zauerteil. Dein. Obst. Erwechsleile. Cookieposten. Soll ich gleich mitkraften die Sachen? Soll Protektions eins auf die Brust tun? Ja. Ich bin jetzt voll Iron, ey. Warte, gib dir das richtige Iron? Warte, wie geht das jetzt mit den Büchern? Weil das kostet ein Enchantment und drei Lapis. Ja, und da machst du eine Split. Ein Bild. Das ist für sie nicht. Ja, so richtig, oder? Ja, ich wollte es gerne verzauern. Ich glaube, es passiert immer. Ja, das ist so ein bisschen. Last B6 mit Schrautze. Ja, schauen wir mal gleich an. Das ist cool. Der passt immer mit dem Arnz. Ich bin mit dem Arnz, ja. Weil mir keine Bücher muss ich. Ja, dann muss ich halt so. Irgendwo muss ich. Wir sind immer wieder nach Armverzauern von der Spitzhack geschaut. Ja. Ja, ja, stimmt. Arm-Breaking. Das ist so ein... ...Maus. Auf einer Stone brauchst du es nicht. Ja, ich schau da unten. Auf einer Stone. Ich glaube, ich habe die Spitzhack, wenn man das kann. Ja, ja. Ja, ja. Wenn es geht, ist. Warum? Also mein, der ist schon vertraut. Ja, ich kriege keine richtige Verzauerung auf meine Sachmache zu gucken. Ja, Morph Eisnerschwert. Das ist noch schwer, vielleicht zu sagen. Ja. Haben wir noch Bedarf. Ich habe noch Bedarf. Ich habe noch Bedarf. Okay. Oh, Gerd. Schauen wir wieder da. Wir werden Schausi kicken. Fischen sie. Fischen sie. Fischen sie. Fischen sie. Fischen sie. Du hast ja gar keinen Luck. Guck, ich kann doch mal schauen, ob du meine Sachen verzeigen kannst. Schauen wir mal. Ich kippe die Lapis. Warte, die kippen die Lapis. Ich kippe die Lapis. Ich kippe die Lapis halt. Ich kippe die Lapis halt. Ich kippe die Lapis als auch. Und jetzt auch Protection anschaffst. Echt? Schauen wir, ob du meins auch Protection anschaffst, wenn es halt noch Levels hat. Da kriegen wir Levels für Kohle? Ja. Geil. Da auch. Ja, machen wir wieder Darks. Ja, dann komm. Immer Projects. Ah, wo bist du? Warte, ich komme wieder zu dir. Ja, ich muss zu dir kommen. Hä, das ist in der Fuhranmöglichkeit. Du bist in ein paar Dinge zusammengekehrt. Lapis, bitte. Du bist in einem Rack. Unter die Axt. Ja, hab ich wieder ausschaut. Wurde gekickt. Ey, guck gut, du hättest Freundlichkeitshalber Bye Bye geschrieben. Ja. Ja, Philipp, was mache ich denn? Ja, du musst, wenn du eine neue Port of Shrater. Ich craft eine neue Iron-Schwerte, vielleicht kriege ich Fire-Spec. Das war schon cool. Das war schon cool. Alter, wait. Wom ist das zugegangen? Ich bin da auch cool. Achso, okay. Echt? Ich bin da auch cool. Ist das wahr, oder? Ich glaube ja. Ja, Schaden ist besser als noch. Ja. Einen will, anders. Ja, das will ich dir das schauen. Die hast du gefunden. Ja, geil, oder? Ja, ich sagst du hättest irgendeine Glück verzauern. Auch nicht, ne? Ja, das ist optimal. Ja, ich schaue nicht. Ich schaue nicht vor die ganze Zeit. Ja, jetzt der Glück verzaugen wir heute einfach. Ja, ich glaube, wir müssen halt eine neue Ia-Spitzhacke machen. Ja, dann kannst du mit Eis-Spitzhacke rechnen, wenn du verzaust. Achso, dann Arx, dann Craft, dann neue Iron-Spitzhacke. Das soll ich echt irgendwas sagen. Wir packen unbedingt einen Glück. Achso, ein Fledermaus, oder? Denk mich schon. Bist du die Höhle entlang? Ja. Wie lange haben wir denn nach Städte-Singo? Wenn es Schlesch-Dime eingibt es vielleicht. Ne. Vier Dias-Wander. Ja, beim vorigen Projekt war es Schleschzeit. Warte, ich komme langsam zu dir. Ja, eigentlich ist es sehr unglücklich, wenn ich es jetzt noch aufbache. Ja, ein paar Zauberzauber. Ja, ich habe es euch gezaubert, dass du keinen Lerner hast. Okay, mach ich nicht. Ich muss ja mal ausmisten. Hast du nur Lapis für mich? Mach ein Loch dahinter, schmeiß das auch. Warte, gib dir mal Lapis. Drei Stück habe ich ja. Evalu. Nein, das gibt's ja nicht. Dauer. Klamit. Stolzschwerd. 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 loc. Stolzschwerd. Das istvarig. Stolzschwerd. 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 Das ist ja praktisch nichts. Ja, eines gehen wir schon. Einen machen wir. Nee, kriege ich nicht. Ja, bauen wir einfach ab, oder? Ja, passt nicht, passt. Warte mal, warte, um nicht. Jetzt hat es die andere Höhe. Sechs Sekunden werden wir schon. Hä? Wir werden gleich gekickt, ja. Warte, das bist du. Kommst du zu? Hast du Wolken? Ich glaube. Und du noch ein bisschen Levern brav. Corded Levern. Ja, wie tun wir sonst? Ja, nether, ja. Gehen wir direkt in die nether jetzt, oder? Ja, du hast schon ein bisschen mehr Bier. Schon wieder einmal gesehen. Album. Hey, wo bist du entlanggelatscht? Wo bist du da oben? Ja, da oben. Keine Idee. Links oder da entlang, oder was? Ja, da entlang. Hey, guck, wo bist du? Ja, wir können da hinter der Mauer warten. Ich baue mir jetzt einfach zu, gell. Ich baue mir jetzt einfach zu, gell. Was? Ich baue mir jetzt einfach zu, gell. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr vergessen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. T shof. Ja. Tschüss. Wie? Tschüss. T shof.